Ja, hallo, herzlich willkommen in Dreiskirchen, in der Thermenregion, auf dem Weingut Alphard. Neben mir Florian Alphard. Vielen Dank, dass Sie dir die Zeit haben, uns das Weingut näher zu bringen. Ich meine, schon viel von gehört und auch schon probiert, aber Informationen aus erster Hand sind immer am besten. Ihr seid ja schon ein sehr altes Weingut. Genau, ja. Also uns gibt es seit 1762. Ich bin mittlerweile Alphard der Neunte, also ein echter Familienbetrieb, der sich natürlich in den letzten, vor allem Jahrzehnten, sehr gewandelt hat von der gemischten Landwirtschaft mit Weinbau als Hauptbetriebsstand. Zu einem reinen Weingut und seit Neuestem ein bisschen Sektproduktion. Wie groß seid ihr, hektarmäßig? Also wir bewirtschaften rund 30 Hektar in der unterschiedlichen Thermenregion, allesamt Braunerde auf Muschelkalklagen. Also etwas sehr filigranes. Und von den Sorten her, das ist ja in der Thermenregion im Vergleich zum westlichen Österreich etwas spezieller, glaube ich. Ja, genau. Also wir sind ein sortenmäßiger Fleckerlteppich, würde ich mal so sagen. Bei uns wird traditionsgemäß sehr viel produziert, sehr breites Sortiment angebaut. Mein Fokus liegt ganz klar auf Rotgipfler und Chardonnay. Hier knapp zwei Drittel meiner ganzen Produktion mit mich diesen beiden Sorten. Das sind allerdings zwei Sorten, die eher im kräftigeren Bereich funktionieren. Und deswegen habe ich mein Sortiment etwas erweitert, um eben auch diesen spaßigen, vielleicht Jungwein, Sommerwein, Terrassenwein anbieten zu können. Und hier habe ich mich eben ganz nach Trends gerichtet, würde ich sagen. Also ganz klar in Österreich ist der grüne Wildliner so ein universaler Alleskönner. Funktioniert ja hier von ganz, ganz filigranen, leichteren Weinen bis hin zu den großen Reserven von grünem Wildliner. Ich verwende ihn hauptsächlich im Einstiegsbereich. Souvenir und Muscatella als hippe Rebsorten habe ich auch in homöopathischen Mänien ausgepflanzt. Und ansonsten hat der Riesling auch in der Thermenregion eine Tradition, obwohl es jetzt vielleicht weniger bekannt ist. Und du hast gesagt, du machst auch Sekt. Das ist Chardonnay. Selbstverständlich. Und alles in Einbrüchen. Ganz genau, ja. Also seit 2013 habe ich meinen ersten Jungwein produziert. Mich hat das Thema Sekt an sich fasziniert. Ich trinke sehr gerne Sekt, auch meine Frau natürlich. Und ständig diesen Sekt kaufen und Champagner kaufen war mir irgendwann zu blöd. Und ich habe mir gedacht, das schaffe ich selbst auch. Aber du verkaufst auch nicht. Natürlich. Glück gehabt. Ja, es ist ein etwas, eine eher brotigere Ausbauvariante von Sekt eben. Etwas tieferes, mineralischeres. Eben reiner Chardonnay und dann drei Jahre auf der Hefe. Also, ja, ein ernsthafteres Produkt. Toll. Ja, die Pobund Österreichs, also bestimmt eine der Regionen, die sehr prädestiniert ist für den Chardonnay. Ja, ich würde das hauptsächlich auf die Böden zurückführen. Also hier ein sehr hoher Kalkgehalt im Boden. Auch nicht zu schwer. Also Chardonnay leidet ja etwas, oder leidet gerne, würde ich mal sagen. Also der muss jetzt vom Wasser her nicht überbevorteilt werden. Und ich sehe auch, ich sehe große Vorteile in den Jahren, die etwas trockener sind für den Chardonnay, dass er sich einfach, ja, in die Tiefe entwickelt und weniger diese vordergründige Art hat. Also, ein Chardonnay hat auch eine gewisse Gabe, dass er nicht zu reif wird. Vor allem im Finish dann bleibt er bei einer gewissen Reife, zuckermäßig einfach stehen. Und somit ist es möglich, dass man auf die korrekte Säurestruktur wartet, ohne dann potenziell zu viel Alkohol zu bekommen. Also, deine Chardonnays sind eher elegant. Also jetzt nicht so aus Übersee, diese Bomben, die man oft gewohnt ist, sondern schon eher Raffinesse, oder wie du das müsstest. Ja, ganz klar, ja. Liegt aber vielleicht nicht nur in den Böden, sondern auch in meiner Ausbauvariante. Also Chardonnay, dem ich durchaus ein bisschen an Holzreife zukommen lasse, wird bei mir ausschließlich ohne biologische Säureabbau ausgebaut. Und ich finde, diese frische, die Säurestruktur ist ein ganz wesentlicher Part, den ein Wein braucht, um auch über die Jahre hin sich zu seinem Vorteil zu entwickeln. Okay, wir sind jetzt in den Edelstahlkeller gewechselt. Gehört ja auch unabdingbar zum Weingut dazu. Eine Frage, wie macht ihr das so mit dem Ausbau eurer Weine? Oder was ist da wichtig für euch? Ja, also Edelstahl ist natürlich für jeden Winzer ein sehr interessantes Werkzeug. Natürlich diese Kellerromantik gibt es hier in der Kellerei jetzt nicht. Allerdings für mich ist Wein nicht nur ein traditionelles und sehr kulturbehaftetes Produkt, sondern auch ein Lebensmittel und meines Erachtens sollte ein Lebensmittel in einem Umfeld entstehen, das einem Lebensmittel eben gerecht wird. Zur Produktion, bei uns wird alles zu 100% per Hand gelesen. Die Handlese ist für mich unabdinglich. Hier passiert auch schon die erste Selektion. Also die Traube wird vom Leser eben abgeschnitten und einmal im Kreis gedreht, um zu untersuchen, ob die Traube nicht nur auf der Vorderseite gesund und ausgereift ist, sondern eben auch auf der Rückseite. Die können sich im Schatten, wo es eher feuchter ist, in der Mitte des Rebstocks, vielleicht die ein oder andere faule Beere entwickeln. Die gilt es schon im Weingarten auszusortieren. Also diese Sortierung ist mir ganz wichtig. Sobald eine gefaulte Beere platzt und den faulen Saft über die gesunden Beeren verteilt, ist wieder ein größerer Teil der Charge geschmacklich für mich jetzt nicht ganz in Ordnung. Also würde auch die Frische dann zerstören. Ganz genau. Diese Aromatik von gesunden Trauben ist etwas sehr filigranes. Während dann jede faule Beere mit dem etwas belzigen Aroma dann sich wie ein Schleier drüber legt. Und das möchte ich eben vermeiden. Die zweite Selektion erfolgt dann hier am Weingut. Am Sortierband stehen zumindest vier Personen. Mein Vater, ganz wichtig meine Großmutter, die auch sehr akribisch sortiert, ein Mitarbeiter und eben ich. Für mich ist der Überblick über die ganze Charge am Sortierband ganz entscheidend. Hier kann man feststellen, was man das ganze Jahr über im Weingarten richtig und falsch gemacht hat. Eben, wie hat sich die Aromatik entwickelt? Wurde ausreichend oder zu viel Laubarbeit gemacht? Fällt mir wie auch zu wenig. Wie sieht es aus mit der Traumgesundheit? Natürlich auch, wenn man ein bisschen auf die Uhr schaut. Wie schnell ist die Lesegeschwindigkeit? Gibt es große Probleme im Weingarten? Muss man viel selektieren oder ist alles in Ordnung? Es ist mehr ein Nehmen als ein Lesen. Ja, und ganz wichtig natürlich, immer wieder kosten, sich Gedanken machen. Was mache ich eigentlich mit dieser Charge? Wohin führt der weitere Weg dieser Charge? Natürlich einmal vorhergehend in die Presse, aber danach ist es quasi Outstanding, ein Unicat. Soll ich es in einem eher kleineren Tank separat vergären? Oder ist es jetzt bei den klassischeren Weinen, ist es vielleicht ähnlich wie eine zweite Charge, wie ein zweiter Weingarten, kann man es gleich in einem größeren Tank gemeinsam vergären. Aber kosten ist ein gutes Stichwort. Können wir ein bisschen was verkosten? Gerne. Darf ich dich in unseren Verkostungsraum einladen? Bis gleich. Ja, wir haben also einen strategischen Stellungswechsel gemacht in die Wienothek. Und was dürfen wir probieren? Ja, ich bin gedacht zum Einsteigen. Eine altösterreichische autoktone Rebsorte, Neuburger, wird in sehr vielen österreichischen Landwurgebieten angebaut, hat ihren Höhepunkt in Österreich sicher schon überstanden, wurde leider ein bisschen, wurde viel im Doppler abgefüllt und eher für den minderwertigen Wein damals verwendet. Wie mein Vater den Betrieb von seinem Vater übernommen hat, gab es bei Neuburger eben so ein bisschen einen Zwiespalt, also wie verfahren wir weiter mit dieser Sorte? Entweder wir lassen sie auslaufen, das eben vermarktungstechnisch eher schwierig war, oder wir bemühen uns um diese Sorte und grillieren etwas Besonderes aus. Und mein Vater hat sich eben so entschlossen, dass er den Neuburger Lagenrein ausbaut und etwas kräftiger, also nicht diese Standard-Lacke daraus vinifiziert, sondern etwas ernsthafter, also etwas tieferes. Und daraus ist unser Neuburger Hausberg geworden. Neuburger hat, wird oft als Nussi-Icke beschrieben, so leichte Haselnuss-Anklänge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das bei meinem Neuburger äußerst selten in der Jugend. Für mich ist es eher floral, es ist ein bisschen so Blunderblüte, sehr zart auf jeden Fall, deswegen auch als Speisebegleiter ist meiner Sicht ja ein Universalgenie. Ist nicht zu leicht, nicht zu kräftig, ist irgendwie so ein Wein, der einfach funktioniert. Mir wahnsinnig gut gefällt und auch ein irrsinniges Lagerpotenzial hat, ohne zu kräftig zu sein, ohne zu üppig zu sein. Einer, der in der Jugend Spaß macht. Und gerade im Alter eben auch diese klassisch nougatige Note in der Nase bekommt. Im Raum merkt man, glaube ich, ganz deutlich zwei Dinge. Zum einen ist das die kalkige Mineralik, die auch in einer vielleicht merklich höheren Säure der Herkunft als vielleicht woanders bei einem trotzdem relativ moderaten echten Säuregehalt. Also, wir nennen solche Weine immer Weine mit Fließgeschwindigkeit. Ja, das freut mich jetzt gerne. Ja, also, da, er wird nicht langweilig, er hat eine schöne Säure, wie du gesagt hast, und ich finde ihn auch sehr vielschichtig, also jetzt von den Geruchskomponenten her, und ist ein Bein, der nicht langweilig fällt. Also kann man ruhig zwei, drei Achtel bewegen an Höhen, oder? Ja, so soll es sein, glaube ich, für die klassische Linie ist das sehr wichtig. Es sollen keine Showbeine sein, von denen man so einen Schluckerl nimmt und dann irgendwie auch am Gaumen schon gesättigt ist, sondern das sind eben Beine, die animieren uns und wirklich Spaß machen sollen. Für das stehen wir als Mitzai auch. Ja, gefällt mir so. Ja, gefällt mir so. Ja, wie gesagt, das Lagerpotential bei diesem Bein, obwohl es ganz klassisch im Stahltank ausgebaut ist, war immer schon überraschend für mich. Also, es ist für mich jetzt auch überraschend, der Lagerpotential. Heut mich, sehr gut. Dann machen wir weiter. Okay, gut. Ja, weiter geht's dann mit unserer Chardonnay-Serie. Also hier von klassisch, oder zumindest fast klassisch, über Lage, Reserve, bis zu meinem Liebling, dem Chardonnay-Priaten. Also klassisch begonnen, Schardonnay vom Berg. Vom Berg ist jetzt bei mir keine Lagerbezeichnung. Das ist eine Type, eine Marke oder eine Stilrichtung für mich eher. Vom Berg bedeutet, da die Thermonregion ja zweigeteilt ist. Also wir haben zum einen ein heißes, schottigeres Steinfeld in der Ebene herunten. Zum anderen die kalkreicheren Hügellandschaften mit eben der Braunerde im Untergrund. Mit dem Namen Schardonnay vom Berg möchte ich ausdrücken, dass mein Schardonnay eben hier oben steht und eben von dieser kalkigen Mineraligkeit einiges mitgenommen hat. Wo es auch etwas kühler ist. Ja, also es kühlt in der Nacht ab und der Daxel ist, glaube ich, da und dort im Sommer überall, wenn ich heiße. Aber ja, also natürlich, es ist ein bisschen vom Minerald auch beeinflusst mit diesen kühlenden Waldströmen dann am Abend. Und das ist dann auch etwas merklich, würde ich sagen. Okay. Ja, zum Ausbau Schadene vom Berg ist jetzt, wie gesagt, fast klassisch. Ich bringe es nicht übers Herz, dass ich Schadene komplett ohne Holz ausbaue. Deswegen auch beim ganz klassischen, einträglichen großen Holz. Bestern, Gestaltheim. Also das ist für mich irgendwie so der Mix, wo ich sage, der Wein hat sich entwickelt. Der Wein ist dann irgendwie nach so einem halben Jahr Holzfass antrinkbar. Ich flasiere auch natürlich etwas Hefe, etwas Feinhefe im Fass drinnen, damit sich diese typisch runde, scharne Charakteristik entwickeln kann. Im Stallbank hingegen ist es dann etwas mehr auf die Frucht, wird es etwas zarter, ist etwas knackiger vinifiziert. Und dann hier eben die richtige Kombination, soll mir eine Schadene vom Berg ergeben. Ich bin gespannt. Zu gut. Danke. Ich habe schon in der Nase, denke ich, das war die ganz eindeutige Gemba. Aber auch ein bisschen etwas dahinter, ein bisschen diese florale Stilistik. Etwas ganz Feines. Es ist sehr frisch auch. Unheimlich frisch. Ich finde, man merkt die schöne Salzigkeit auch dabei, wenn man das trinkt. Also toll. Toll, wenn man da wahrlegt hat, weil es gefällt mir gut. Diese Länge, dieses Fruchtspiel am Abgang, rührt natürlich auch von unseren Kalkböden her. Es wird nicht langweilig. Ich baue meine Heizweine, bis auf wenige Ausnahmen, absolut trocken aus. Also hier nichts mit Reißzucker kaschiert. Da durchaus auch diese etwas animierende Länge. Und einfach ein Pust auf den nächsten Schluck. Und so soll es sein. Der zweite Schadene. Ja, weiter geht's. Nächster Wein ist Charme Tragelsteiner. Ein für mich ganz besonderer Wein. Da er auf meiner kargsten und kargreichsten Lage wächst. Also eine Lage, die fast ein bisschen pflanzenunfreundlich ist. So karg ist es dort, ist es natürlich nicht bewässert. Wir haben fast große Kargstelle mit einem schönen Meissen im Obergrund. Die Reben haben sich dort sehr langsam entwickelt. Mussten erst in die Tiefe und Feuchtigkeit zu suchen. Bringen tendenziell kleinere Beeren, also vor allem in anderen Schadenniedlagen, in der Reife. Eigentlich echt moderat. Ist nicht zu üppig. Ist niemals üppig. Ob der ganzen, ob das Kaltgehalt wahrscheinlich. Für mich was ganz Spannendes. Ausgebaut in kleinen Holz. Allerdings ohne neuem Holz. Der Tragelsteiner bringt für mich so eine salzig-knöchende Stilistik mit. Und ich möchte das nicht weichspülen mit dem klassischen Neuholzeinfluss. Sondern ich möchte es kompakt halten, eher strenger halten. Eben einen Akzent nochmal auf die Minerale zu setzen. Probieren wir es. Okay. Gerne. Jetzt einige sind Bauern im Glas, würde ich sagen. Ohne eine Breitschuldrick zu werden, ohne üppig zu sein. Das sind eben diese Dinge, die mich an dieser Lage so faszinieren. Also du hast jetzt einen Wein zu ganz großem Essen, oder? Ja. Was man hungert. Das macht der Wein schon. Das ist natürlich auch ein Produkt, das jetzt nicht unbedingt jung getrunken werden muss. Obwohl man relativ früh für so eine Reserve jetzt den Zugang findet. Weil eben kein neues Holz dabei ist, hast du sehr früh den Zugang zum Wein und dann bist nicht überfahren von Holzaromatik. Das ist jetzt auch schon der aktuelle. Das ist sehr schön ausbalanciert. Also das Holz wirkt eher unterstützend als im Vordergrund. Genau. Ja, zum nächsten Punkt. Als nächstes steht Schadone Reserve in meinem Programm. Das ist jetzt ein Jahr älter. Auch im neuen Holz allerdings nicht ausschließlich. Also hier bin ich bei einem Neuholzanteil von ungefähr zwei Täckeln. Okay. Auch eher vorsichtiger. Wieder am Fokus weniger jetzt auf die Üppigkeit und Breite des Weinen, sondern mehr auf Zug, mehr auf Messe. Säure Struktur ist mir bei allen Einweinen wichtig. Nicht nur bei den klassischen, sondern ganz besonders eben auch bei den Reserven. Ja. 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 Das ist jetzt Jahrgang 16. Das ist 16 jetzt. Also man merkt hier natürlich etwas neues Holz in der Nase vor allem, obwohl ich mit der Holzauswahl auch noch einen Akzent gesetzt habe. Das ist jetzt eher auf enger Schnüren als auf eben auslaufend und in die Breite gehend. Also die Weine haben jetzt auch ein sehr hohes Lagerpotenzial. Also man kann sie sehr lange lagern, oder? Genau. Genau. Also das ist auch die Info, die ich meinen Kunden mitgeben darf. Man darf ruhig darauf vertrauen, dass sich die Weine entwickeln. Ich habe dahingehend auch reagiert. Wir haben im letzten Jahr eine Flaschenwagerhalle dazu gebaut, wo eben genau für diese Reserven jetzt ein Lagerplatz geschaffen wurde, um vielleicht nach 5, 6 Jahren nochmal so einen Lagerprobeals vom Gleichen hinein zu machen. Also das bedeutet, ich verkaufe einen den aktuellen Jahrgang. Momentan. Ich behalte mir ein, zwei, drei Paletten zurück und bringe die dann, wo ich mir denke, dass der eine, dass die Trinkreife erreicht oder die Genussreife erreicht. Ein zweites Mal, ich habe diesbezüglich immer wieder Anfragen von meinen Partnern. Hast du nicht eine Trinkreife? Kann man nicht aus deiner Wienothek vielleicht ein bisschen und da hätte ich ein Menü und dorthin und her. Und ganz ehrlich, ich war es leid, dass mir meine eigene Wienothek ständig ausgeräumt worden ist. Jetzt haben wir einfach, ja, und zum letzten in der Reihe, das ist mein Chardonnay privat. Privat deshalb, weil das Chardonnay ist so wie mir am besten schmeckt. Hier ist jetzt 100% neues Holz dabei. Winifikation ist etwas anders wie bei den vorhergehenden. Das ist ein Wein, der für mich viel Zeit braucht, die bei mir auch bekommt. Darf niemals üppiger sein als die Weine davor, sondern soll eher mit Länge, mit Mineralität punkten. Trotzdem neues Holz sehen. Und auch hier wieder dieses Tänzeln auf der Zunge, diese filigrane Art im Abgang. Das ist, dass es da so dafür steht, wie mein Chardonnay stylistisch aussieht. Aber ich kann verstehen, dass das dein Lieblingschardonnay ist. Das freut mich. Absolut. Ein wunderschöner Extrakt, die Mineralität kommt. Kompliment. Vielen Dank. Dann schon mal sortieren wir den Kipfel. Gut, das gibt's auch noch. Sehr gut. So. Jetzt sind wir beim Rotgipfel. Genau. Eingelangt bei der Autochtona Spezialität. Wie gesagt, mittlerweile schon beinahe meine Hauptsorte. Da hielt sich mit Chardonnay irgendwie so die Waage. Das hier ist meine Ranch. Angefangen wieder beim klassischen Rotgipfer vom Berg. Die kleine Geschichte über Chardonnay eben lagen da oben. An kaltem Untergrund. Was irgendwie so diese filigrane Artliste erklären soll. Jetzt im klassischen Bereich ist das Rotgipfel vielleicht etwas lauter in der Nase als Chardonnay. Das kommt diesen exotischen Touch. Aber jetzt nicht unbedingt ausladend exotisch, sondern eher filigran exotisch. Und das ist jetzt auch der Einstiegsrotgipfel. Ja. Bitte keinen Vorurteil. Ja. Bitte keinen Vorurteil. Hier steht wieder die Trinkspaße in den Vordergrund. Also auch ein Wein, der nicht lecken, nicht kannten darf. Auch nicht anstehen darf. Ganz wichtig. Ein Wein eben nur mal gern. Noch mal zum Glas greift. Auch eine schöne Realität dabei. Salzigkeit. Natürlich. Also das hängt wieder ganz sicher an unseren Öl. Rotgipfel passt nicht auf jeden Standort. Ist auch eine Sorte, die jetzt vielleicht vom Boden her im Gegensatz zu Chardonnay nicht zu karg sein darf. Also hier braucht es ein bisschen Dauer vom Boden. Auch Wasser ist hier ein essentieller Faktor. Rotgipfel wächst sehr gerne in die Länge, die Triebe. Sollte man ihn auch machen lassen. Der Meinung nach. Zumindest. Rotgipfel zu karg halten. Also ein bisschen auszuhören ist bei Chardonnay cool. Das wird dann konzentrierter vielleicht. Rotgipfel leidet deutlich darunter. Das schmeckt man dann auch. Also hier darf es ruhig ein etwas süppigerer Standort sein. Und dann eben die für mich optimale Aromatik aus der Sorte auszuhören. Also wie gesagt, es ist auch ein Wein. Ja, mit Fließgeschwindigkeit. Unbedingt. Und ein Allrounder. Aber ich könnte mir schon Richtung asiatisch sprechen. Ist das möglich? Genau. Also wir empfehlen Rotgipfel immer zu asiatischen Richten. Sobald es ein bisschen bekannter wird, würde ich sagen, tut sich vielleicht der Rotgipfel einfach leichter als andere. Oder so halt nun mit dieser Bekanzen mitzuhalten. Weiter geht es nun mit der Einzellage. Mit dem Rotgipfel von der Niederbordana. Das ist jetzt natürlich schon etwas anders modifiziert. Also von Bergwand, wie wir ganz klassisch gestalten. Hier ist schon großes Holz. Vorher kommt ganz genau. Holz deswegen, also nicht weil ich irgendwie einen Holzeinschlag brauche in einem Wein oder irgendwie an einem Strukturgeber. Hier ist Holz eben einfach nur zur Belüftung verwendet. Holz ist ein Verhältnis, das atmet. Holz lässt diese Entwicklung eben zu. Und das ist mir bei Lagenweilen eben ganz wichtig. Ich möchte hier ein Produkt kreieren, das ein bisschen runder, ein bisschen mehr bringt als die Klasse. Das wäre jetzt, wenn man es so in Deutsch mit VDP-Richtungen vergleicht, so Richtung erste Lagen. Also die Lage so im Hintergrund und schon ein kräftiger Wein, aber elegant. Aber wie gesagt, was mir heute auffällt bei deinen Weinen, ich habe noch keinen schlechten probiert. So weit nicht. Schade, dass du sonst so viele schlechten Hände hast. Ich meine, ja. Aber ein Weingut ohne schlechte Wein. Also da kommt schon die exotische Komponente noch stärker durch. Natürlich, natürlich. Also bei der Klassik ist jetzt in Anklängen alles vorhanden. Bei der Lage setzt sich dieser Trend dann ein bisschen fort und das wird etwas intensiver. Als nächstes hier eben dann die Top-Selektion von der gleichen Lage eben auch die Rede Rodano. Hier allerdings nur der älteste Teil davon. Also der Ur-Weingarten. Okay. ist auch etwas anders unifiziert, obwohl ich mich bemühe, die beiden Weine ziemlich gleichzeitig zu erinnern. Also nur zwei, drei Tage dazwischen. Die Reife oder Zuckergehalt darf hier nicht der Ur-Tischend sein. Es muss die Aromatik sein, die ganz anders ist. Und das merkt man eben dann ganz deutlich, wenn man die beiden nebeneinander probiert. Hier hast du eben diese Vorzüge, diese alten Reben auf Kalk. Und während du eben beim Lagen Rodano eben diese etwas jugendliche Unbestimmtheit hast. Die sehr schöne Säure und Salzigkeit. Nur Säure und Limpfuss ist ja nicht einig. Die Nummer drei haben wir besprochen. Oder? Ganz genau. Jetzt kommt... Jetzt kommt die Nummer vier. Also das ist jetzt eine Überraschung aus der Bibliothek. Rotgipfel von der Villa Rodano, 2012. Okay, das ist mir so sechs Jahre alt. Man darf ja nicht immer nur von dem Potential eines Reins oder einer Rebsorte sprechen, sondern es gehört natürlich auch belegt. Und deswegen darf ich dich einladen hier, einen sechs Jahre alten Rotgipfel zu probieren. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt, den ich mir als optimalen Trinkzeitpunkt oder Genussreife eben so erdacht habe. Fünf, sechs Jahre eben nach der Ernte zeigt Rotgipfel nochmal ein ganz deutlich anderes Gesicht. Ganz kurz zum Jahrgang 2012 war jetzt vielleicht ein eher üppigeres Jahr, ein eher heißeres Jahr auch. Wir haben natürlich versucht, diesen Wein trotzdem möglichst engmaschig zu identifizieren, weil Reifen die Zeit bekommen hat dann eh bei uns. Also er braucht jetzt nicht quasi direkt nach der Abfüllung on the top sein, sondern ich bevorzuge das Wein mit Potential, Wein mit einem Lebensweg irgendwie abzufüllen und jetzt nicht direkt nach der Füllung bis zum Zeitpunkt, dass es gar nicht mehr abzufüllen ist. Das kann ich gut verstehen. Und was auch wieder hier ganz deutlich ist, egal ob Rotgipfel oder Schraube, was ich hier im Roter Faden durchziehe, ist eben diese Mineralik, diese leichte Salzigkeit, diese auch Leichtflüssigkeit. Ich meine, das ist ja doch ein etwas kaltvollerer Tropfen würde ich sagen, aber diese Leichtflüssigkeit, diese Eleganz, diese Stenzeln von der Säure ist einfach ganz besonders animierend würde ich meinen. Also, lieber Florian, vielen herzlichen Dank für diesen Wein, für alle anderen auch. Aber endlich mal einen richtig geheiften Rotgipfel zu probieren, ist bestimmt einer der ganz großen Weißweine Österreichs. Das weiß man international vielleicht nicht, weil es so wenig davon gibt. Leute, also die Thermenregion hat nicht umsonst den Namen Burgund Österreichs. Wer berühmter mag, der ist hier bestens aufgehoben, ganz großes Kompliment. Ich nehme noch mal ein Stück. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Zum Wohl. Heute trinkt es mehr Thermenregion. Genial.